wie kann ich ihn wie gehen da war mehr beacons waren hier glaube ich um die sind nicht mal alle beschäftigt dass ich könnte ein paar hier abzwacken und nach hause nehmen schaut so aus ja 180 pollution wird an 1110 und 9,3 mw also dass die schmelzöfen brauchen dezent mehr ja das ist richtig mal gucken wie es aussieht wenn ich noch mehr ranwappt also 1380 pollution sehr cool so noch nicht schnell genug also du bist schon voll wenn du voll bist dann musst du nicht so lange hier bleiben so aus die füllen sich langsam sieht aber so gut aus bin zuversichtlich also das können wir später machen wir können halt immer acht von denen gar nicht sieben von denen hier umbauen vielleicht wenn man die reichweite ein bisschen ausreizt noch mal ein vielleicht kann man in der zweiten reihe die auch noch drum bauen ja sechser drill ganz viele beacons drumherum vielleicht noch ein zweiter sechser drill ganz viele beacons drumherum zwei kisten und dann so wie hier doppelseitiges befüllen sagt kommt demnächst vielleicht so wird es klappen schrift rechts so weil ich noch arme wird sie nichts davon raus ich brauche mehr logistik slots da hilft kein weg vorbei gucken wir mal wie lange es dauert bis der voll ist sobald er voll ist schicken sich los so jetzt mal vorher rein ist du halt mal voll hinten ist voll vorne ist voll fahr fahr nach hause ich habe ein paar roboter die raus wollen und dann gucken wie es im entladen aussieht ob die schnell genug sind ich kann mir gut vorstellen dass die kisten nämlich langsam ein kleines problemchen haben solltale jockey sein wir bleiben nur 30 sekunden hier wobei ich habe das glaube ich mal getestet gehabt das ging genau auf 20 sekunden will ich zurückfahren kann man nicht entscheiden und bin schon auf halbem weg ist okay ich hätte gerne mal eine kiste genug wie das aussieht mit vorräten gerade also mache ich gleich also kommt nichts an aussteigen die mal her was ich wollte nicht alles mitnehmen danke habe die steuerung doppel links klick oder so gemacht ja hier geht gut ab okay du eisen so 30 sekunden hier 20 sekunden unten das sollte eine optimierung erstmal reichen schöne sache also eisen ist gut muss ich mich darum kümmern kopf war ist so ein temporäres ding es ist echt schade genau wie mit dem öl dass ich da immer nachgucken muss und nachprüfen muss also momentan ist das alles gut weil wir halt die neuen pumpen haben aber sobald die nicht mehr da sind oder nicht mehr so viel liefern haben wir ein problem deswegen sollte ich jetzt schon mal pump jacks wieder bauen mach erstmal zwei pump jacks fürs erste jahr das ist krass warum ist da so wenig öl drin wenn so wird man gleich hier weitergearbeitet ne zack und wir haben mehr als genug fässer das wollen wir nicht mehr ist okay ja also pump jacks werden gebaut muss ich zwischenzeitlich wieder rauf gucken forschung macht grad nix das ist mir ganz recht wegen tränken erholen und so weiter das hier ausbauen äh 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 ich brauche mir eh nach der Fakte und wie weit seid ihr eigentlich es sind immer noch 100 drin macht ihr überhaupt irgendwas ich brauche 2450 oder so waren das krummel krumm ganze leichen die ganzen sachen können jetzt erstmal weg ich glaube ich die türme die ich habe würden reichen für irgendwas anderes was ich bauen will und munition müsste ich eigentlich gleich angeflogen bekommen wenn nicht läuft irgendwas was du legst keinen stein rein äh ja das ist ein problem mach bitte da weiter deswegen habe ich keine munition bekommen gut oh ich sehe kupferplatten und ich sehe 115.000 eisenherz und 58.000 kupferherz gut 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 okay ich wollte vor kurzem strom machen also mich um ein bisschen strom kleinkram kümmern das mache ich dann mal jetzt so ein bisschen wie so ein zen garten nee nicht zen garten wie heißt der garten der hake weiß ich gar nicht aber so ein garten meine ich hier so ein bisschen rum pflegen ein bisschen strom aufbauen dann ist gut äh ich nehme das alles hier mal hin achso und vorher muss ich nach die dinger setzen ne ich mich einbauen das war es schon ja wie gesagt das war es schon nicht besonders episch aber na gut äh pump jacks da zwei stück einmal da einmal da mach roh speed 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 auch mehr speed endlich 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 genug öl haben das sieht schon mal besser aus okay also Öl wieder ein paar folgen nach vorne geschoben Kupfer wieder ein paar folgen nach vorne geschoben warum habt ihr keinen strom zu über Nacht haben oh Gott ähm mh ich wollte dinge abreißen da war was ne stop my girls du nur noch Wasser schifft rechts schifft links gib mir mal ein paar steine gib mir da mal ein paar steine schifft links schifft links schifft links ihr macht jetzt alle nur noch Wasser warum also gefühlt habe ich jetzt schon dreimal oder so allen Liquid Händlern gesagt dass sie nur noch Wasser herstellen sollen und keine Steine kein anderes Zeug aber irgendwie geht das immer so weiter also mein Gedanke das Ding hier komplett abzureißen also die beiden Dinge deswegen kommt es wohl so vor als ob ich das schon zehnmal gemacht hätte weil ich halt die beiden immer wechseln den hier und den da oben die abzureißen da brauchen wir noch viel viel mehr Akkus das ist krass wie das runter geht in der Nacht das hätte ich echt nicht gedacht jetzt füllen sie sich wieder ja aber wie schnell geht ja Akkupark also nicht nur Solarpark sondern auch Akkupark ist echt angesagt so schmeißt das mal das 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 so die brauche ich auch nicht mehr Gold auch nicht billiges Speedmodule auch nicht die schon mal gar nicht sowas überhaupt nicht so euch damit 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 pritzel 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 und ja es gibt immer noch die höheren MK Stufen aber ich finde die Preise von denen irgendwie viel zu überteuert also proportional gesehen viel zu überteuert machen wir mal so müsste ein bisschen einfacher zu handhaben da 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 so aber das wird so ein Combo Ding das ist wieder Solarzellen und Akkus ich würde eigentlich ganz gerne reine Akkus haben so wie hier das sollte ich dann mal zu Ende bauen so Licht aus oh blaue Chips Dankeschön das heißt wieder Roboter bauen und was sagt Strom jetzt so also die Akkus füllen sich bis 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 wieder dunkel wird und jetzt da wir doch recht viele Akkus gebaut haben also fast zwei Stacks reicht es vielleicht die Nacht über was sind das immer für riesen Ausschläge hier in gelb die Farbe ist gelb ach das waren Türme okay wir haben nicht genug Solar Panels ja das ist okay Tränke sehen gut aus Lila Tränke Lila Tränke nicht so wirklich ich glaube ich baue hier mal keine Schmelze gib mir tolle davon baue hier nochmal so ein Lila Trank Ding hin eigentlich sollte ja nur einer hier sein den anderen wollte ich dann abreißen damit alle Tränke auf dem Haufen sind aber momentan brauchen wir sie einfach die Lila Tränke deswegen schadet es nicht noch mehr davon zu machen also du hättest gerne die da ja das ist egal wie viel einstellen 50 ist okay du hättest gerne Lila Tränke und die da so das sollte jetzt ein bisschen helfen bei der Produktion Munition das ist einfach ein langsamer Prozess kann ich ein bisschen beschleunigen aber nicht so wirklich viel ist okay was nun Strom ist so lala Öl ist so lala Eis und Kupfer ist 20 Folgen oder so rausgeschoben Kupfer eher weniger da muss ich noch ein paar mal gucken gehen ich wollte den nächsten Sechser Drill anfangen da standen im Weg ganz ganz viele Lila Chips könnte schon fast reichen wie viele Lila Chips war das? 250 ja hör mal auf hier gib 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 so ja es fehlen noch Steinziegel und Rubber das ist komisch dass mir Steinziegel und Rubber fehlen um das beste Ding ja zu bauen was wir bauen können also gib mir wo ist das Steinschmelzding und bist das super mit einem Sonderzeug da gib mir Steinziegel äh gib mir oh oder warum Dinge. Oh. Jetzt hupst du die da nicht rein, verdammt. Nur wenn im Logistiksystem mehr als 50 Resin sind. Es sind mehr als 50 Resin. Ah ja, nur hier. Vielleicht nirgendwo anders. Guck mal. Oh. Oh. Scheint echt kein Resin mehr zu sein. Dann baue ich einfach noch so ein Tree Farm Ding. Viel Dämker 2. Bauen wir gleich zwei davon. Warum nicht? Müssen wir noch wieder eine Kiste irgendwo hinbappen? Dann ist gut. Blaue Kisten habe ich jetzt so genügend. Ich mache schon mal hier Shift rechts. Oh, ich kann da ja reinlaufen. Ne, gut. Ähm. Uah. Flop. Feld war auf der Größe, glaube ich. Und noch kleiner. Ruhig mal so. Field is active. Okay. Dann eine Kiste. Shift links. Und ein Ärmchen. Sollte recht schnell anfangen zu arbeiten. Und dann noch ein davon. Mittig. Dimm, 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 dimm. Shield is active. Okay. Kann ich im Notfall hier immer noch umbauen. Ich habe schon wieder keine Ärmchen. Äh. Steuerung. Ja. Shift links. Dadurch dürften jetzt ein paar mehr Bäume kommen, aber das dauert erstmal eine Weile, bis die alle gewachsen sind. Wird dann aber hier schon mal aushelfen. Im Notfall machen wir hier noch eine Reihe hin. Aber ich denke, vier werden dann schon mal reichen. Joa. Also nächsten Folgen werde ich... Hm. Ich weiß es noch nicht. Jetzt, da Kupfer und Eisen wieder aufgefangen ist, ist eigentlich fast schon wieder so eine Wartezeit angebrochen, dass ich eigentlich nur darauf warte, dass genug lila Tränke hergestellt werden für die Forschung. Damit ich mehr Roboter bauen kann, damit ich wieder mehr Ressourcen abbauen kann und so weiter und so weiter. Und auch, dass mehr Solarpanels gebaut werden und Akkus und all sowas. Müsst ihr mir überlegen. Das heißt, ich könnte jetzt die Zeit nutzen, die Monsterfalle zu bauen. Aber mit Stromproblemen sollte ich nicht nebenbei an der Monsterfalle rumhantieren. Wenn dann plötzlich mal das Licht ausgeht, das wäre nicht so toll. So, wie gesagt, überlegen wir es zum nächsten Mal. Also, bis denn. Genau! Bis dann. Bis dann.